Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Forbidden West. Ja, wir sind hier in der Werkstatt oder was sagen wir noch, in diesem Berg hier unterwegs. Hat man hier irgendwo... Ah, Werkstatt Tau, okay. Da steht sogar was. Ja, wir sind hier unterwegs und... Oh, cool. Und vor allem gefährlich. Ich würde mal sagen, dass wir kaputt Tauern, dann kommen wir hier hinein. Okay, jetzt aber nur für Items. Hm. Gehen wir nochmal hier rüber. Ach so, das war aber nur ein anderer Weg. Kann ich eigentlich da runter? Soll ich da runter? Soll ich da runter? Soll ich da runter? Ich glaube, hier bin ich falsch. Hier kann ich aber auch nichts mehr machen. Habe ich mir gerade hier was verkackt oder... Ne, da geht's noch was. Hier können wir lang. Okay. Okay. Ja, wir dürfen immer die gefährlichen Sachen machen und die anderen warten einfach so lange, ne? Man kennt's. Diese Stimme von denen. Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Kann mich wahrscheinlich da rüber gleiten, ne? Also hier runter. Zrusatzverteilung, J1-Zeta, einschalten. Ah. Warum seid ihr eigentlich nichts? Könnt ihr nicht auch mal irgendwie helfen? Okay. Also doch, wie ich es mir gedacht habe. Kann der Typ mal die Fresse halten? Ey, meine Güte. Und nun? Ich glaube nicht, dass ich mich hier irgendwo dran hangeln kann. An die Dinger. Mit dem Zugwerfer. Und da komme ich nicht durch. Das ist, glaube ich, klar. Kann ich mich an die dran hangeln? Will ich? Das ist die Frage. Weil ich durch diese Dinger hier komme ich ja nicht durch, ne? Vor allem wäre das der sichere Tod. Eloy, hast du nicht mal einen Tipp für mich? Ich bin so blöd. Warte mal. Ach, ich kann hier doch einfach hochklettern. Sobald die ausgefahren sind. Ich bin wirklich blöd. Durchsatz um 20 Prozent erhöhen. Dann hab ich schon die Kletterhilfe ja an, ne? Dann kriegst du das denn weggepacken. Dann kriegst du das denn weggepacken. Okay, da kann ich auch noch hoch. Ah. Okay, jetzt muss ich mich dann festhalten. Und dann wahrscheinlich rechtzeitig loslassen. Transportieren viele Waffen. Was hat der Festes vor? Wir schließen in Einheiten A 59 bis B 24 laden. Wahl, über uns. Sie ist in der Luft. Nicht loslassen, Eloy. Jupp, wer hätte das gedacht? Rüstungsauswerte Alpha ausführen. Doch, loslassen wir ansonsten, wenn wir tot. Da hab ich gerade noch rechtzeitig drauf reagiert, ey. Das war haarscharf. Okay. Und jetzt kann ich hier durch. Das ist ja schnieke. Ja, das Ganze werden wir auch noch, äh, bald haben. Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen. Um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Da werden wir alles wiedersehen, wenn wir wieder eine Blutstätte betreten. Alter. Oh nein. Was hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die... Früher oder später genutzt werden wird. Und dann... Ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Du bist... Bamm. Bereit? Wir müssen da runter... Okay. Gutstätten, typisch, gibts erst nen Bosskampf, okay. Kann ich die eigentlich schon Grimhorn? Hat eine Schwäche gegen Löschwasser und was war das? Plasma? Oder ne? Feuer oder? Ja, ok. Löschwasser habe ich nicht, also Bro, ich soll ja gegen das Teil. Aua! Ja, wir sehen natürlich auch sehr viel gerade. Aua! 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 Nimm die Waffe! Aua! 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 Er legt noch Loot. Oder sollte. Ja, lass mich jetzt aber erstmal hier den ganzen Loot einsammeln, ne? Die ganzen Maschinen, die wir getötet haben, sind ja eh schon wieder weg. So wie es aussieht. Wir sind nicht so nett. Ach, da liegt noch was. Und mein Fokus erkennt man hier davon nicht. Es müssen Maschinen sein, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Ich muss mehr Maschinenareale erkunden. Okay, das Spiel schickt einen halt wirklich in eine Brutstätte. Ey, Level 16. Eine Brutstätte, die man Story bedingt angehen muss. Dann hoffe ich, dass wir jetzt aber bald hier rauskommen. So langsam würde ich gerne wieder normales Tageslicht sehen. Das gesamte Personal muss die Anlage verlassen. Und verzügelten. Irgendetwas will uns hier nicht. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Werkstatt Tau. Was ist denn los? Na, zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Dieses rote Licht ist wirklich schon bedrohlich, oder? Schon so ein bisschen. Hier noch das ganze gelbe Licht. Ist schon etwas bedrohlich hier. Okay. Ich muss Minerva's Versteck finden. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Verschlossen. Okay. Dann stellen wir hier wieder eine Tür auf. Ob sie. Falsche Taste. Wofür sind die ganzen Kabel in der Mitte? Minerva sperrt mich aus. Woher kam noch mal der Name Minerva? Den kenne ich doch aus irgendeinem Anime auch. Das ist jetzt wahrscheinlich kein seltener Name oder so. Okay. Im Zugwerfer entfernen. Und das hier auch. Nee, hier bin ich noch nicht lang. Ah, okay. Bisschen Grünglanz. So, und hier. Ein paar Items. Okay, aber hier scheinen wir eigentlich... Doch, warte mal. Ja, wenn wir hier keine anderen Wege haben... Hier werden wohl die Daten gespeichert, aber... Wie kann ich auf das System zugreifen? Ich suche besser weiter. Hier kommen wir ja nicht weiter. Dann müssen wir diesen Luftschacht dann nehmen. Schätze ich mal. War hier lang. Ach, da kommen wir jetzt sogar hoch. Oh. Hier muss es ja richtig kalt sein, wenn es hier schon so schneit. Ich bin nah dran. Wenn ich Minerva zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen. Sie endlich zurückbringen. Dann käme alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme... Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Warum hatten sie ein Klon von Elisabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Und ich will eigentlich nur den Typen killen. Äh... Vielleicht führen sie zu einem Eingang. Aber wie komme ich ran? Ja gut, ich schätze mal... Gleiten! Ja, das ging schon mal gut. Und wir sind... Und wir sind... Oben. Äh... Können wir kaputt hauen. Ich hoffe, du hast sicher Schuhe an, Elol. Weil die Felsen, wenn die dir auf die Füße fallen, das tut weh. Wirklich schon wieder falsch, dass du... Sieht wie eine Puppel aus. Wofür das wohl ist? Abseilen! Nein! Nein! Geh mir ein! Nein! Minerva? Gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutes. Gaya. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dann weg? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden. Wie du es warst. Ja. Ja. Danke. Danke Minerva. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Master Überbrückung aktiviert. Stelle Original Code für Minerva wieder her. Euristische Matrix initiieren. Okay. Euristische Matrix initiieren. Okay. Gaya. Hallo. Dr. Sobek. Ah. Hier. Scann die Daten. Also ist es Aloy. Nicht Elisabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Ähm. Gut, aber... Bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja... dir. Gaya. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. War... So... Das ist Gaya. Hallo. Hi. Hi. Gaya, äh... Wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokusen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Das war's mit Horizon Forbidden West für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekündung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja... Bis dahin, wer beim nächsten Mal wieder beißen werdet. Wenn wir uns hier wohl noch ein bisschen umschauen und vielleicht nochmal mit Gaia reden. Mal gucken. Bis dahin. Ciao, ciao Leute.